Moin Leute, ich muss verlosen, ich hab nicht viel Zeit, ich muss mich ein bisschen beeilen, aber ich möchte euch mal gerne nochmal eine Sache zeigen. Und zwar hier von Chibu, 1599, eine Retro-Mini-Spiele-Konsole mit Batterien und 153 Spielen. Selber noch nicht angetestet, ich möchte das gerne mit euch auspacken. Und wir werden dann dazu auch eine Review mal machen. So, schauen wir doch mal. Natürlich mit der Chibu-Qualität zertifiziert, irgendwo hier steht es so. Mit Bedienungsanleitung, brauche ich aber nicht als Scanner. So sieht das aus, mehr ist das nicht. Und ich sag mal so, ganz ehrlich, für 15 Euro kannst du da wirklich nichts gegen sagen. Also, dabei sind drei Batterien. Und das schöne Ding hier. So, müsste ich nur noch aufschrauben. So sieht's aus, das ist das ganze, ja, schöne Ding. Wie ein üblicher Handheld halt. Du kannst sogar die Lautstärke einstellen, auf Pause stellen, okay. Hier sind so Knöpfe. Und auf Wiederholtaste drücken. Ziemlich schick, 15 Euro gesatt für unterwegs, zum Daddeln ganz klein natürlich. So Retro-Flair ist vorhanden. Ganz cool eigentlich. Und, ja, äh, ich finde es ist eine gute Investition. Batterien plus hier. Und schön Handheld, kannst du nichts gegen sagen. Ich, äh, finde es super geil. Und, ja, ich finde es sehr gut. Und, ja. 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 Und, ja.